Und wenn man dieses ganze Kontrollieren, weil dieser Begriff klingt halt irgendwie sehr aggressiv, kann man fast sagen, in dem Bereich, der wird ja quasi dadurch erst richtig wertvoll, wenn beide Ebenen, oder ich sage es anders, wenn die Ebene, die kontrolliert wird, und Anführungsstrichen versteht, dass das ein Feedbackprozess ist und kein Zurechtweisen. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, das ist quasi der Prozess, der quasi auf allen Ebenen klar gemacht werden muss. Das Ganze ist ein iterativer Entwicklungsprozess sozusagen. Das heißt, da geht es darum, dass, wie du es gesagt hast, mir wird etwas präsentiert und dann gebe ich da entsprechend Feedback aus meiner Führungskraft-Ebene und dann kann das angepasst werden. Und wenn ich jemand bin, der das dann quasi präsentiert aus dem Team, dann ist das ja eben eine Kontrolle meiner Planung oder meiner Arbeit, aber gleichzeitig ist das ja eine Sache, die meine Arbeit unterstützt in weiterer Folge, weil ich ja Feedback bekomme, wo ich etwas anders machen kann. Und das natürlich geht das wieder in ganz andere Bereiche, nämlich wie kommuniziere ich über sowas richtig und das ist natürlich auch wieder ein Skill, glaube ich, der gelernt man muss. Aber zumindest das Verständnis muss da sein, dass wenn ich von Vertrauen und Kontrolle spreche, wie wir jetzt diese Folge gemacht haben, dann heißt das nicht, dass es ein mit der Route irgendwie hinterherlaufen und auf die Finger klopfen ist, sondern das ist ein Prozess, den man aufbaut, ein offener Feedback-Prozess, ein transparenter Planungsprozess, wo man sagt, ja, was ist denn, du hast Aufgaben bekommen, gerade vielleicht für ein neues Projekt oder ein neues Teammitglied. Könnte ein Prozess laufen, das Teammitglied bekommt eine Aufgabe, dann gibt man dem Teammitglied vielleicht ein bisschen Zeit und sagt, ich möchte gerne, dass du deine ersten Planungen mal machst, so den ersten Schritt, dann kommst du zurück zu mir, wir schauen uns deine ersten Planungen gemeinsam an, weil ich möchte ja, dass du dich gut einarbeiten kannst in dieses Projekt, in diese Arbeit, dann gehst du in deine zweite Arbeitsphase, dann können wir vielleicht noch einen Feedback-Prozess machen und dann bist du vielleicht schon im Arbeiten. Und so kann man das Ganze irgendwie heranführen und das ist ja dann auch eine Kontrolle, aber trotzdem mit Vertrauensprozessen oder Vertrauensebenen drinnen. Und das ist ja vor allem ein sehr schönes Argument dafür, dass man jemanden einführt dann in die Arbeit und vor allem jemanden, der vielleicht neu ist im Team oder der vielleicht eine neue Aufgabe, ein neues Projekt bekommt, dann wird sich die Person nämlich auch viel wohler fühlen, weil die Person bekommt dann nicht eine Aufgabe an den Kopf geklatscht und vier Monate später muss man noch einmal abliefern und dazwischen hört man von niemandem und stellt sich heraus, dass man eine Kleinigkeit schlecht gemacht hat und das ganze Projekt geht quasi in den Bach runter. Das will ja niemand, das will ja weder die Person, die das Projekt macht, noch die Führungskraft, noch das Team, noch das Unternehmen. Und man kann da relativ einfach dagegen arbeiten, indem man diesen Prozess halt gemeinsam geht. Und selbst da, wie gesagt, reicht alle paar Wochen mit bestimmten Arbeitsschritten sich quasi mal auszutauschen und dann Feedback zu geben. Das ist jetzt auch immer mit Bit of Führungskraft. Vielen Dank.